Mit einfachen Worten ins Abenteuer der Sprache. Ich lerne Deutsch. Mit einfachen Worten. Verantwortung. Nummer 4 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Im Sport ist Teamverantwortung entscheidend für den Erfolg. Im Sport ist Teamverantwortung entscheidend für den Erfolg. Im Sport ist Teamverantwortung entscheidend für den Erfolg. Verantwortungsbewusstsein stärkt das Vertrauen zwischen den Menschen. Verantwortungsbewusstsein stärkt das Vertrauen zwischen den Menschen. Jeder Bürger ist für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Jeder Bürger ist für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Jeder Bürger ist für die Einhaltung der Gesetze verantwortlich. Umweltschutz erfordert Verantwortung für nachhaltiges Handeln. Umweltschutz erfordert Verantwortung für nachhaltiges Handeln. Verantwortungsbewusstsein trägt zur persönlichen Entwicklung bei. Verantwortung für die eigene Gesundheit ist der Schlüssel zu einem aktiven Lebensstil. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Okay. 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 Okay.